Ah, moin moin und hallo, hier ist euer KGPC Player mit dem neuen Part vom TOGETHER Projekt Planetzeit 2, heute nicht mit Daemon und der Hexacube, sondern mit Osco und Dr. Gamejunk. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin moin. So, wir labern nicht so lange, sondern starten direkt das Let's Play und beginnen auch mit dem Angriff auf. Wollen wir gehen? Das ist unsere Entscheidung. Wollen wir hier direkt zum Crossroad Watchtower gehen? Ja, ich finde schon, das ist eine gute Idee, da ist gerade viel los. Okay, machen wir die Sofortaktion, also über die Map? Ja, genau, Einsatz und Attacke. Gut. Ja, ich muss hinterher fliegen, ich habe erst Einsatz gemacht. Oh. Ja, ist kein Problem, ich fliege da schnell hin. Oder läuft's, na gut, laufen dauert lange. Nein, nein, deshalb fliege ich, das passt schon. Gibt doch hier genug Flugzeuge. So. So, wo Leute will schon, was geht los? So. Alles Black, UPI. Ah, das Spiel ist einfach genial, wollte ich sagen. Ach, geschafft so. Beim Kostümen. Naja, ja schon, stimmt, Kostümen. Oh, fuck, und ich lande direkt hier auf richtig viel, ah, scheiße, hier ist ja richtig viel los. Oh, guckt euch das mal. Ach, du Himmel. Also der erste, das erste, was ist, einfach schnell mal fliehen. Ich bin mit auf, auf dem Turm. Ja, weil das auch cool ist, wenn du mit der Kapsel runterfliegst, kannst du halt erstmal durch den Flugzeug fliegen und beide töten. Also dich selbst und das Flugzeug. Wenn's gut läuft, sind da halt zwei, drei Leute drin. Ach du Himmel, das leckt ja hier richtig bei mir wieder. Ich muss erstmal zurückkommen. Ah, schon bin ich da. Wo bist du denn? Ich? Luftunterstützung. Du bist weiter unten, ne? Äh, ich bin tot. Und boom. So, und ich respawne direkt beim ersten Samoa, also bei denen der von mir 198 Meter entfernt ist. Also ich bin immer noch lebendig auf dem Turm, ja? Ja, mein Flugzeug ist neu. Naja, wenn man davon spricht, dann stirbt man. Ja, ich hab erstmal einen schönen Lightning ausgeschalten, aber naja. Ja, wir sollten uns eigentlich auch von Klassen her anpassen, ein bisschen. Ich bin ein leichter Invest. Welche Klassen seid ihr denn? Ich spiele als schwerer Interesse. Ich bin, na gut, dann mach ich den Sanitäter. Alles klar. So Leute, sorry, dass das jetzt ein bisschen gedauert hat. Gerade auch nochmal bei mir. Ich musste nur kurz mal ein bisschen die Grafikeinstellung mal ändern, Leute. Kein Problem. So, der wartet mal, ich komm jetzt hinterher mit der ganzen Masse. Wow. Der Hälte, der Hälte, der Hälte, Achtung, bevor die nix. Achtung, immer, Achtung, immer, ich geh mal, ich muss mich mal zurückziehen, bisschen. Ja, weil ich stehe hier direkt von der Max-Einheit. Au, das tut weh. Private Wurst. Aber ich hab ihn fast da umgehalten. Ich find's ja auch sehr oft hier merkwürdig, dass... War sehr schön. Ja, war das. Achtung, 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 Achtung. Wir müssen woanders sein. Warte, ich bin auf der Karte, wir könnten über den Morden irgendwie vielleicht auf die Hinterseite einfallen. Ja. Ähm. Next. So. Ich bin neulter hier. So, war. Dann fallen wir mal, wir werden über die Berge probieren nach hinten einzufallen. Wobei, wartet mal, ich muss hier mal bis... Ja, ich sehe dich. Auflaufen, 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 auflaufen. Ah, je, je. Wir werden uns ja wieder hochlaufen. Ah, dahinten, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Moment, ich bin auf dem Weg. Einfach, schnell nach oben. Einfach vielleicht mal der Masse erstmal hinterher folgen. Mehr oder weniger. Oh, da hinten ist ein Gegner. Da hat man scheitenselbe Idee. Ja, wir müssen uns auseinanderziehen. Achtung, 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 Achtung. Wow, da weibender einfach mal. Wenn es keine One-Hit-Sniper ist, ist es noch verkraftbar. Gibt es die? Ja, aber die musst du hier freischalten. Also kostet die Kosten von diesen Z-Punkten. Also kann man hier... Das ist so ein Spiel, wo man mit Kaufen mehr Punkte kriegt. Also nicht echt Geld, sondern mit Starcash kostet es um die 600 oder 700, aber diese Punkte, die du verdienst, diese roten. Damit kannst du verschiedene Sachen freischalten, wie Medipacks, Tragbare und sonstige Sachen. Ah, perfekt. Musst du den Herrn noch was sagen, war ne ruhige Mütter. Wow. Ja, Moment, ich bin selber gerade draufgegangen. Habe ich hier erstmal bei den CKK. So, wo seid ihr? Ah, jetzt seid ihr da. Wer so aufgegangen ist, wer du respawnst jetzt. Denn nicht für dich wiederbeleben. Nee, ich bin zu weit weg, glaube ich. Nee, ich war schon dran, so ich hab die gefunden, endlich. So, darum müssen wir die Galaxy... Ich komm mal zu dir, ich brauch hab ich schon, Heino. Ja, jo. Perfekt. Mach' du voll recht. Ja, jetzt könntest du mich wiederbeleben, man muss aufpassen. Wo bist'n? Wo bist'n? Und uns? Ich steh' wieder mit dem Bär, äh ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen. Ich hab' schon gesehen, ich hab's schon gesehen, ich hab' schon gesehen, ich hab' schon gesehen, ich hab' schon gesehen, ich hab' schon gesehen. Äh, nee, dich eracht' da! er hat kaum eine Probe das ist ja es war nicht Näh ich will wenn man auch gut auch er hat er hat er jemand anderes belebt ist auch nicht für alle Leute ich habe ich habe niemanden jetzt wieder gelegt weil die mich währenddessen fertig gemacht haben auch bis zur Belegung gewünscht so es zu heftig ich mach das war ein gut so leite ich weg ich bleibe mal ein bisschen im Zahn Samoa und probier mal ein bisschen Unterstützung zu geben schießt bisschen auf die Panzer wenn ich hier mal einen Panzer sehe und ich stelle vor weil das kann nicht gut ja immer rein über ein ins Gefecht aber die haben jetzt aber sehr gut hier gepackt muss ich mal sagen um um Schöne mal hier können es ist uns für die Panzer bekommen und er kommt heute einer durch das erst mal so ich komme es mit einer schweren Meck-Einheit waren gelaufen damit habe ich immer noch die meisten Kills gemacht um für eine schwere Meckerheit was normalerweise noch so und so ein Ingenieur hat er sich repariert man hier eigentlich schon richtig ich habe noch nie gespielt ich würde einfach mal wieder herlaufen eigentlich ist das wichtig mit was repariert denn äh mit 3 auch wie ist noch ein Granada und wo seid ihr denn da kommt jetzt ganze Katze an da spielt auch bis in Cyberklasse Wenn die das alles können, ich spiele jetzt auch Sniper-Klatze, wenn die das alle können, kann ich das auch. Keine Kunst. Das finde ich genial, danke. Ja klar, das ist eine Zusammenarbeit. Richtig. 3, 0, 8, der Scheiß. Aber ey, oh, bitte. Wir kommen jetzt so richtig, wie wir passen um die Ecke. Ob das so eine gute Idee ist? Na ja. Nee, das ist zu hart. Endlich, dafür gibt es einen Assistenten. Nee, ey. Ich treffe hier niemanden richtig, das ist traurig. Oh, ich hab da ein Bild. Ich glaube, ich hätte hier getötet. Dafür könnte ich jetzt halten. LT hat mich getötet. Naja. So, die rücken also vor auf den Zamora. Achtung, im Gebirge geistert irgendwie ein Schiff von den Gegnern herum. Das ist...